Oh, Daddy. Da werden alle beim Poster vorbei, packe ich nicht. Offensichtlichste Poster einer. Daddy. Da wird dir der Daddy auch nicht helfen. Schau, der kleine Arsch nimmt sich die ganzen Batterien daneben runter, dann hast du wieder keiner. Muss ich ja, hab ich wieder keine so letzte Runde. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich weiß nicht, wir haben nichts stehen. Am Anfang ist es geschafft und füttere die Kinder. Mach dir keinen Kopf. Alles gut. Der hat wohl nicht die Hände quaschen. Ich dachte, jetzt ist das verpackt, die Mission, weil irgendwie passiert gar nichts. Hm, nein. Habt ihr mal gehört, dass die Suppe flucht? Was bleibt da? Warte mal, da ist was. Da geht doch los. Was braucht alles ein Alkauen? Sogt die Menschen, einfach fest? Hallo, bleib an euch. Oh, das ist das flucht. Was ist das? Oh ja. Oh ja. Keine Leiche Irgendwo kommt was raus Vorsicht ein Laotix rennt herum Das ist was Neues Das ist ein Mann Wo ist ein Mann? Ich bin ein Mann Hm? Wie viele der Gegner hier? Wie viele der Gegner hier sind, ich weiß nicht, wo Sie sind, 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 wo Sie sind. im keller man zwar das zuhause hier fühle ich mich wohl egal wer kommt ich bin so lasst in der Bibel Wir haben alle noch nichts gefunden. Wie sieht denn das aus? Ist das groß oder klar? Ist das groß oder klar? Ist das groß oder klar? Da sind Fake Endings. Ja, sind die Geilen. Das ist schon ein großes blaues rundes Gefäß. Zu groß. Ja, ich glaube ich war es eh wie Sascha. Aber es ist halt riesig, oh ja riesig ist es schon. Genau unter mir ist einer. Kannst du sie nicht mitnehmen? Ich habe schon eine. Nein, ich bin oben in der Kirche. Aber ich denke es wird im Keller sein, weil es ist unter mir. Ich habe ihn. Sie sind dicht. Und bitte. Ich habe immer einen Sprech an den ich. Ich bin hier. Ja vor allem der eine geht der ganze Zeit dort drüben, ich komm noch nicht mehr raus. Der links geht der ganze Zeit über den Treppenhaus oder? Oh jetzt ist es gleich weg. Ich glaube es ist verdammt nicht. Der skippt sich, der sieht mich nicht und trotzdem sieht er mich nicht. Ich will einfach raus. Ich will einfach raus. Ich will einfach raus. Ich bin halt noch immer dann zwei. Da steht immer die Anzahl der Bottles. Zwei haben wir auf der Seite. Das heißt zwei sind auf der einen Seite. Da haben wir eigentlich nichts gefunden bis jetzt. Oh ich kann nicht. Das ist ein riesiger. Also die Flaschen genommen, die Zeit geht bis dahin. Das ist ein riesig. Was ist das? Das ist das. Das ist das. Was ist das? Da ist eine. Sag mal, das müsste halt auch zwar sein, oder? Ja, ich habe schon gedacht, wo du da eingesetzt. Ist das? Echt? Ja, die da drüben in den Falle, sonst hab ich sie gesprungen. Okay, bloß. Manche. Ich glaube, bei mir ist da noch irgendwo sicher. Ja, bei mir ist er. Beides. Was ist das? Irgendwo war schon wieder so ein Aufzug Habe ich nicht gemerkt Ich brauche Hilfe Da ist das Psychodoktor Das hat uns zu Nebel Psychodoktor hat Nebel gemacht Mit diesem Kopf Heißt Alex, kennst du noch? Ich stecke den Kopf in den Arsch Ja Oh nein, ich fick den Kopf Genau, so war das Ich fick den Kopf Hast du Haramash? Der Bier ist super Und jetzt müssen wir abhauen Vermutlich, ja Ein Poster fehlt da noch Ja, er ist besser geschaut Ja Ich habe welche gefunden Ich habe auch eins gefunden Zwei habe ich sogar Hinter dir, hinter dir, hinter dir Ich habe eins Ich habe Ohr Ich habe eins gefunden Ich habe auch 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 eins gefunden Gute Ich habe das Das ist ja Na Der Der Ja, beim ganz normalen Ausgängern, glaube ich, wo wir reinkommen. Da. Ich werde es verfolgen. Nimm das. Nimm da, die Medizin. Oh, ich bin Psycho, ich brauch Psycho. Der Schatzle ist da? Ja. Gibt es so was? Beim Hauptding, wo wir reingekommen sind, durch die Cafeteria durch. In der Cafeteria. Ich bin jetzt bei Laubgass. Falsch, Cafeteria. Ich gehe nochmal zurück, Alex. Naja, ich auch, aber... Du musst zurück zur Cafeteria. Robert? Du musst zur Cafeteria noch immer. Mich verfolgen gerade wieder zwei Leute. Ja. 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 Boah, jetzt musst du dich bald beeilen. Es wird hier eng. Boah. Boah, da kommt einer. Ich folge dir. Achso, du folgst mir. Ja, musst du sagen. Ich folge dir. Oh, der reinkt ne Zeit ab. Ja. Das habe ich nicht gewusst. Immer. Boah. Jetzt habe ich zweimal Schaden noch wegen Norbert erhalten. Boah, ich habe C+. Boah, Norbert hat die beste Note dadurch jetzt. Das verstehe ich gar nicht. Das verstehe ich auch überhaupt nicht. Ja, weil er nichts gemacht hat wahrscheinlich. Boah, da. Ah, guier.